hallo und herzlich willkommen zu skyfactory 3 so ich habe eine aufgabe wieder mal bekommen vom noopsie eine die ich wahrscheinlich nicht lösen werden kann was tust du da ich drehe mich das sieht verstörend aus mit deinem kugel eis der noopsie möchte nämlich unbedingt einen diamant hohen haben wisst ihr was wir dafür brauchen für einen diamant hohen wir brauchen ein neta quarts hohen und dieses blöde neta quarts hohen kann man nicht selber craften dafür müssen wir ins neta mit dem neta kommen heute später das wird eine herausforderung ich gehe jetzt einmal noch mal kurz gucken wie das da überhaupt noch mal aussah weil sport technisch haben wir da ja gar kein felder dann müssen wir wahrscheinlich erst mal was bauen und ich habe keine ahnung was für eine fläche wir da bauen müssen damit da hühner spawn aber erst mal muss ich mir noch mal ein überblick verschaffen wie das da überhaupt aussah ich hoffe der nimmt jetzt auch nur daraus und nicht von hier oder so natürlich suboptimal ja guck mal konnte da schon in ordnung so okay also eigentlich so gut wie gar nichts gut ich nehme mal ganz kürbis down mit ganz ganz viel und dann baue ich einfach mal zu einem nächsten ort kürbis down hätte ich auch vorher schon mitnehmen können du hättest ja kürbis down auch schon vorher mitnehmen können ja wäre eine idee so die anderen hühner lasse ich erstmal hühner sein können erst mal eier legen wie sie möchten was 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 nein war war ein anderes was was denn das ist jetzt das will ich so nicht erst mal ich hab doch ein werkzeug war ein verkräftetes was oh gott wo ist meine zange oh hi enderman bist du gerade dahinten kaputt ja aha und ja genau das habe ich mir nämlich gedacht können wir da drinnen nicht brauchen jürgen oh eine ganz gute idee wäre ein zauberstab kriegt ein diamant zauberstab jetzt gibt es doch so danke so das ist eine schöne sache danke ich habe mir so gedacht das ist so eine fliegen wir insel relativ in der nähe da baue ich jetzt einfach mal hin mit den steinen und gucke ich mir mal an was hat denn da für eine oberfläche ist vielleicht finde ich da ja sogar schon irgendwelche kreaturen ach guck mal siehst du da fällt es mir gerade ein ich habe ja noch ganz andere sachen das geht wie mache ich denn das jetzt ja strom ne scheiße vielleicht doch noch einen generator hinstellen was ist denn das da überhaupt für eine oberfläche ich brauche ich mich denn da jetzt höre mal auf die müssen erstmal aufladen höre mal auf das ist echt doofe idee gewesen du hörst jetzt auch auf wenn ich da runterfahre bin ich tot das ist nur eine wolke ach das hier gibt es echt gar nichts das sind wolken oh aber hatte ich da nicht auch mal andere zeug gesehen diese diese ganzen blöcke die hier herumschweben das sind wolken alles wollen ja die sind durchsichtig alle 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 lohnt sich gar nicht dahin zu bauen voller tägliche loch ja also ist das neta wirklich absolut leer um erstmal ein bisschen druck in die sache zu kriegen aua was alter hier ist einer was wo kommst du denn her was sind noch alle crusty mustard wo kommst du her der kann hier laufen da wo du gebaut hast ja gut wenn er einmal da ist kann er ja laufen ach wo kam der ach so von da hinten ja da wo du gebaut hast das ist ein gelbes feld das hatte ich vorhin noch gesehen hier irgendwo ja toll ach ich hab ach du bist das ich hab grad gedacht das wäre schon wieder der nächste ey ja aber aber ich glaub mal das ist eher von dir da hinten oder bei mir da hinten ist eigentlich nichts wo hier alles ausgeleuchtet dachte ich zumindest aber ich stand ja hier der kann so nah nicht bei mir spawn ach hier hinten guck mal hier ist doch bestimmt alles noch ach nee das sind halbe blöcke nee hier ist alles ausgeleuchtet warte mal ich komm mal gucken ich seh die X da geht's eigentlich die sind keine X sag ich doch oh was ist das für ein Huhn ein Dirt ein Dirt Huhn nee Lock Chicken ein Dirt Huhn das wäre er noch ehrlich hallo guck mal der haut ab hier ein Dirt Huhn kriegst du ein Dirt Huhn hin Dirt Huhn jaa ja 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 ich brauch Fackeln ich hol mir jetzt erstmal ein bisschen Kohle von da hinten oh das ist ein Creeper ich hab keinen Pfeil und Bogen Paddy achso ja ich bin da oh der hat schon Fährte aufgenommen naja wo ist er ach da wo bist du ach guck mal ich weiß wo die spawnen hier oben drauf auf den auf den äh ah jao das kann auch sein ja was ist denn der der steht da an den Bäumen ach da wo ähm hier ist genau die drin ne die können auch überall hier drauf spawnen hier auch und hier auch ne da drauf spawnen die nicht achso aber hier auf dem hier könnte natürlich sein aber auf diesen Steindingern hier wo du äh da können sie drauf spawnen das sind doch halbe Blöcke sagtest du nicht halbe Blöcke geht nicht das ist die Oberseite eines halben Blocks ah und da geht's dann natürlich okay äh ach ja ja das war wieder Inventar wieder brechend voll was wo hab ich denn das ganze Gold her ach so das hast du wahrscheinlich eben gekräftet da drin jetzt hab ich die abgebaut ja alles klar verstehe verstehe ich muss mir ein bisschen Erde nehmen ich hoffe dass das funktioniert mit Erde so viel Rotz ne gut dass wir diese Riesenkiste haben da wo man mal alles reinschmeißen kann was ist das für ein Scheiß hier so okay tadaa das ist echt schade ja der wird von da gekommen sein da hast du recht jetzt ist hier auch mal ein bisschen Saft drin und jetzt legen wir hier nochmal und der macht da jetzt Späne draus der ist ja super das ist doch super also ich erkläre dir das nochmal super super und äh theoretisch könnte ich das hier weg machen und könnte hier einen Trichter dran machen das ist zwar nicht schön aber selten dummerweise könnten die natürlich hier dann auch runterfallen ne sind Hühner so doof dass die einfach den Abgrund runterspringen ohne dass was ist äh puh wahrscheinlich nicht aber die sind schon manchmal ein bisschen ne meinst du so eine Art Suicide Huhn ja genau ich weiß nicht ob das jetzt reicht ich hab da jetzt ein 4x5 Feld hingelegt an Erde so und dann verursachen wir hier schön Späne da muss was rein ohne nähter Quarz Huhn guck dir das an ich hab einen Zaun warum hab ich einen Zaun hatte ich nicht eben mal gesagt ich wollte dir Zäune machen äh hier da äh genau ähm hier den und das und jetzt aufräumen ach hier ich lege ich erstmal da rein so der ist schon besser so alles was wir verwursten können oh schön der macht das ja richtig ordentlich dann nehmen wir direkt einfach ein bisschen Holz mit ist hier ja eh über auch die Luftbecks haben wir jetzt ganz viele neue da boah ein bisschen schöner machen hier da gucken wir mal was da da neues bekommen haben vielleicht haben wir ja unser Silizium Huhn jetzt ich weiß gar nicht ob das schon kombiniert wurde um eins zu kriegen ich mein das ist hier ne ach ne Eisen genau Eisenchicken wir haben ein Eisenchicken jetzt Eisenchicken vor sie finden echt äh du hast da richtig raus also mit Hühner kennst du dich ja aus scheinbar der Huhnmeister Tittich was ist denn hier los hätte ich sofort ne Namen für die Folge wir gucken uns das natürlich mal an und er hier macht ok der züchtet hier der kreuzt hier schon wie ein armer Irrer und das sind natürlich alles nur Ranzenhühner aber manche die ich jetzt langsam bekomme sind gar nicht mal so schlecht also der 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 macht Holz hier ja nicht zu fassen ja da sind schon Holzstücke liegen hier schon rum die sind ja schon erwachsen hier ähm pass mal auf ich werde dir jetzt erstmal das Feld hier erweitern weil du hast da eh keine Zeit für wie das wie scheint das ist richtig oh viel ist das nicht ich hab mit mehr gerechnet aber ok ach die Eier sind nicht so toll was mach ich denn hier Gott ey ich bin ein Spezialist ja so ein richtiger Spezialist diese Eier sind irgendwie die sind noch ganz gut wenn die schlecht sind sofort entsorgen ich meine die Eier an sich nicht die Hühner ich habe hier jetzt ein Sandhuhn Ei mit 122 ist jetzt echt nicht berauschend gut du Holzhuhn du bist doch definitiv besser als das Holzhuhn hier oder nicht oh das ist falsch mehr geht erstmal auf jeden Fall also tschüss das ist immer da doofe jetzt willst du nein sie hat die Tür offen gelassen jetzt wird es natürlich nicht einkreisen und nachher wieder alles abbauen ja so dann kann dieses Holzhuhn nämlich das ist nämlich viel besser da rein so du oh das blaue Huhn ist auch definitiv besser als das hier bin ich ganz sicher ne 5 4 4 gar nicht wahr 4 5 5 doch ist ein bisschen besser das Gute an der Sache ist ja wir wissen wie Zäune gehen nicht viel aber ein bisschen so du bist 122 Stufe 2 was du denn dann hier eigentlich du bist schlechter dann kommst du weg ja komm ich glaub 57 ist schon mal ne Zahl scheine dass man die Hühner sich so nicht angucken kann wie gut die sind wenn sie da in diesen Stellen sitzen dass man die immer rausholen muss das ist doof ja 4 3 3 bin ich bei dir was du denn 4 3 3 du bist schon gut genug also können oh da hinten da können sie aber auch eine Verspornung stärken diese Eier sind eigentlich alle schlecht die sind alle schlecht die Eier ich mach jetzt mal so sieht zwar nicht so schön aus funktioniert aber was mach ich denn mit den schlechten Eiern einfach wegschmeißen ja einfach ins Void dann können sie hier spawnen wenn du sowas machst echt ja sicher kann passieren dass du ein Hühnchen spawnt dann und dann musst du das töten wenn du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst ist das völlig in Ordnung ach ist doch schon legit hier muss ich doch schon die ganze Zeit machen aber das ist ja dein junges Huhn brauchst du dich da nicht so nah hinstellen nimm die Eier und wirf sie weg hab ich doch nein so weit wie du hast doch gerade auf mich geworfen kannst du doch auch einfach so machen so Maschinengewehr ja das stimmt sieht jetzt biert aus ist aber egal und wir haben Fackeln das ist sehr gut hier einfach mal wollte ich nicht ein wegfackeln das Siliziumhuhn wollte ich haben dafür bräuchte das Lehmhuhn was und dafür bräuchte das Schneeballhuhn das Schneeballhuhn das müsste ich eigentlich langsamer kriegen wieso kriege ich das nicht auf jeden Fall hast du hier schon mal ein bisschen mehr Platz jetzt hoch hallo wie komme ich hier runter ich könnte es dir sagen aber es ist gerade so schön was oh scheiße er hat es rausgekriegt genau blau und Holz war das doch dann ne genau da soll ich ein Schneeballhuhn rauskriegen kriege ich nicht bisher ist schlecht so hast du ein bisschen mehr Platz da ist nichts drin alles schlecht hier jetzt doch ein schicken Eck cool was ist das für eins ein Sandhund das ist ja auch ultra geil ehrlich Sandhühner alter wenn du die hochgezüchtet hast die können wir ja hinten richtig gut einsetzen ey als Sklaven was war das jetzt ich wollte gerade nachgucken äh was denn das Graue hier das Graue ist äh Flint genau das Lockhuhn ist 444 was ich da habe wo bist du ich glaube zwei normale Hühner brauchen wir nicht ne du bist schlechtert das heißt das kann ich aus ausbrüten kannst weg brauchen wir nicht müssen du jetzt du kannst ausgerüttet werden weil du bist besser das Flint Ding ist 212 okay hier dieses äh Infernium Essenz ne die solltest du auch nicht wegschmeißen ne wenn du mal denkst damit kann man nichts anfangen das werden wir auch noch können ähm das dürfte definitiv schlechter sein das auch irgendein muss noch mal nachgucken was ich dafür brauche aber dann können wir uns Erde Pflanzen bauen das wäre auch ziemlich cool ehrlich man sollte mal vielleicht in diese Richtung gehen ähm aus ein Eisenhuhn ich habe ein Eisenhuhn geil aus Sand war das aus Sand okay das Eisenhuhn sieht irgendwie sehr spacig aus so wie Terminator da zieht's die hier so dann gehen wir machen unter Zentibra Europa und äh und gucken ob da irgendetwas war ja 16% das war die höchste mit Sand und äh Sand könnten wir uns jetzt auch dem auch gut machen ne ne warte mal können wir auch den hier und da ist da wollte ich ja mal Kohle reintun ne ne ich habe auch das Gefühl hier kann nix spawnen warum auch immer hier ist auch nichts bevor ich hier gleich wieder von hinten überfallen werde ich glaube dein Diamantun kannst du dir abschminken ey jetzt kommen wir nicht so ich glaube im Neta spawnt wirklich nichts was mir dazu einfallen würde ich weiß nicht ob das hier überhaupt geht dass wir uns so einen Huhn äh ja schieben ey sowas geht auch nicht ich finde das ja auch nicht gut ne aber oh wir haben einen Hahn also wir bräuchten hier auch noch so einen automatischen äh okay Blöcke und so ein Thiefgerät Blöcke oh musste gerade mal kurz abhusten klar Eisenhuhn warte mal wie funktioniert du das jetzt nochmal haben wir auch noch äh die Blöcke haben wir dann noch das nee kein Heavy ach das will ich ja gar nicht wie das Schneeballhuhn haben wofür bräuchte ich denn das Eisenhuhn nochmal weil man natürlich auch weiß ich gar nicht Stahl habe ich nicht machen normales wo bräuchte ich denn das Eisenhuhn haben da kann ich einen Redstone Huhn reinlegen noch dann würde ich leitendes Eisen bekommen na egal komm mal her was wollte ich aus euch nochmal machen weiß ich gerade nicht egal du kommst jetzt mit du kommst hier rein dann kriege ich leitendes Eisen genau Eisenhuhn Redstonehuhn leitendes Eisen sehr gut äh bei euch wollte ich ein Starball schicken ja geht doch geil hier auch nicht schlecht das brauchen wir jetzt auch neu hast du da in diesem diese Redstone Legierung schon wobei ich glaube ne da bin ich noch reich mach gerade das Snowball Huhn dafür ich glaube das ist ne Eisen Redstone Legierung die wir da brauchen ach so ein Sieb ach so ein Sieb ach so leitendes Eisen produziere ich schon ah ok 1 2 3 4 ist halt richtig so dieses Huhn hier 5 5 4 gelb das müsste ja schon besser sein als das hier oder 4 Bändchen das heißt das heißt das wird ausgebrütet manche Eier brauchen wirklich unglaublich lange bis die schlüpfen so und da Sand rein wo es gezeigt wird 2 2 Sand bist du du bist das Sand Huhn oder wäre natürlich auch nicht verkehrt wenn man da ein bisschen mehr rein legen könnte ja du bist halt schlechter ich muss das Sand Huhn ausbrüten ach wenn man wenn man hätte aber das ist gut hier zack 2 1 2 ja flippt 2 1 2 ja du bist leider auch schlechter das oder da ist ja gerade einer wieder geschlüpft das heißt wir haben wieder einen Platz frei und du kannst wachsen und gedeihen hier so 4 3 3 Holz ja guck mal 4 3 3 Holz boah das ist ja richtig Arbeit hier das ist nämlich genau das Problem wenn die immer gleichzeitig fertig werden dann brauchen die nämlich so lange um wieder aufgefüllt zu werden Lava 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 jetzt rede ich ein bisschen sehr mit mir selbst ja ich kenne das das ist manchmal dann so ein Problem wenn man jetzt zusammenspielt bei so einem Let's Play naja oh das sieht auch cool aus oh ich hab meinen ersten Eisenbarren hergesteckt aber hier bei Eisen beim Eisenhuhn ist Eisen drin oh cool geil ne ja das musst du hochzüchten Junge damit das richtig Eisen legt ohne Ende die müssen leiten das Eisenhuhn noch noch eiern hier die beiden kommt hier natürlich auch viel Scheiße wieder raus lass mal den Rest hier wieder wegrollen hallo da ich da durch darf ich danke so wie die jetzt momentan arbeiten werden hat zwei gar nicht packen ja der wird leerer so ey diese diese Upgrade ne ich glaube ich mach erstmal ne Pause von den Hühnern und äh kümmere mich mal wieder darum was du so machst kritisiere dich der hier das wär schon cool oh falsche Kiste ok wir versuchen dann einfach mal so viel wie eine Kacke da müssen wir uns unbedingt drum kümmern dass wir mehr Kupfer kriegen Kupfer ja äh so dafür brauche ich zwei ich nehm mal ein Gold mit ich glaub wir haben sowieso zu wenig wo ist denn diese Truhe offen Kupfer will er haben ja wir haben nicht so viel im Moment ist noch ok aber hier ist nur ein Nickel drin 1 wir kriegen gar kein Kupfer 2 der ist aber schlecht Crushed Coal ok oh oh warte mal was mach ich das so ich hab aufgepasst wir sind äh angekommen was mach ich das genau oh hast du hast du ein Energy Alloy Chicken Energetik Alloy Chicken Alloy Alloy ja ah oh Glowstone Redstone und Gold ok das kriegen wir dahin Glowstone Redstone und Gold ok ok dann hab ich hier drin auch ich hab jetzt äh Bello wird Standardphänomen sein wie viel wie viel brauche ich davon zwei also zwei Glowstone zwei Redstone Gold und Glowstone und zwei Gold ja im Moment komm ich klar ist nicht so wichtig ich will nur was äh ausprobieren Eisenhuhn und gelbes Hohn Eisenhuhn und gelbes Hohn ich könnte ein Gold Hohn machen Gold Hohn ist auch nicht gerade unwichtig da dran und der kommt jetzt Alloy only das 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 oh das ist gut ich weiß gar nicht mehr wie gut das war aber das war ein gutes gelbes Ei ist behalte ich boah der haut hat ja ach so der haut direkt raus ja ist in Ordnung ob wir das ein schlechtes tun zwei warte noch nicht so gut Iron Chicken Egg ist ein bisschen besser sind sie auch nicht so glücklich wenn wir dem jetzt noch was zu essen geben hier hey ich glaube ich habe es kaputt geworfen oh der geht ab wie schmitzkatze oh hi sehr schön naja du bist jetzt so was mit dir du bist 433 holst du oh was warst du pipi machen zähne putzen 433 433 alles klar macht keinen unterschied das heißt ach so kommst du wieder rein was bist du denn ein schneeballhuhn boah siehst du geil aus crush du kannst leider sterben kriegt die auch so gecrushed ey was ist mit dir 444 du bist gut dich nehme ich mit dein schneeballhuhn sieht ja geil aus so wir machen jetzt schluss ja tata oh nice ist richtig jemand fabriziert ist ein enderman da drin bitte ist da ein enderman drin oder der sieht ja voll der enderman aber wenn du den abbaust und wieder hinstellst ist ein anderer drin ok ja das ist hier also hier kannst du in dem in dem ersten kannst du was einschmelzen hier kannst du was kaputt kloppen hier ist unser hammer halt der alles wie ihr kennt kaputt kloppen kann und hier nochmal ein sieb und alles rennt hier in die kiste rein so kann man hier mal eben ein bisschen was wegkräften wenn man was braucht ok schön naja auf jeden fall ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bevor wir doch wieder so eine schöne überlegen folge kriegen genau vielen dank fürs zuschauen denkt an den daumen hoch das wäre sehr lieb und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal bis dahin ciao tschüss